Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich werde… Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht… Zeig es mir! Ja! Oh, Gott. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Verständnis. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Das werde ich auf keinen Fall… Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich… Ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Klafen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Los, los! Los, los! Los, los!